hallo herzlich willkommen zu einer weiteren runde von pioneers of pagonia ein bisschen lauter auf meinen ohren und ich mache mir wieder ein bisschen größer kleinen augenblick mal eben ja so ja ja hallo ein bisschen zu weit oben jetzt war ich da ein bisschen abgeschnitten das sieht nicht so gut okay ja warum wieder hier mit großem gesicht und so und das bildet schon wieder es hat ein update gegeben für euch ist das schon kalter kaffee am 26 7 2024 natürlich ist das update 0.7 für pionys auf pagonia erschienen aufnahmezeitpunkt hier ist im augenblick der 29 6 gleichen jahres natürlich und also ich bin relativ nah dran an der an der veröffentlichung des ganzen und aber halt durch die vorproduktion hin geht natürlich jetzt in wahrheit an drei wochen hinterher also für euch gesagt kalter kaffee für mich komplett neu hier unten sieht man ist ja 0.7 0 und dann halt hier irgendwie grüßelt was ich jetzt nicht weiß ist natürlich wie wird sich das ganze jetzt hier auf unser spiel auf auswirken weil stand der letzten dinge war ja die version 0.6 damit bin ich in dieser aktuellen insel auf der wir uns befinden eingestiegen geht das jetzt mit den einstellungen also mit denen sie nehmen also was wir damals hatten mit an möglichkeiten geht das jetzt damit weiter oder bedingt durch das update kommen jetzt die neuen elemente damit zu ich hatte die ja schon erwähnt gehabt ja dann gibt es jetzt diese diese so neue geht diese neuen gegner die selber gebiet beanspruchen material abbauen also jetzt erze und so weiter und so weiter aus vorher hier dann auch irgendwie drei oder vier verschiedene gegner arten dann in sich vereinen also einmal die leute die dann das gebiet aus erweitern dann die leute die halt ihre ressourcen abbauen und irgendwie ein oder zwei verschiedene wächter arten und geistern darum also das wird schon ziemlich heftig auf der anderen seite haben wir als der spieler für unsere unseren unseren dorf dann halt einen neuen kämpfer der halt speziell für diese neue art von gegner geeignet ist und es gibt geologen hatte ich auch schon erwähnt in einer der letzten folgen der jetzt da halt die berge erbundet um herausfinden wo denn da was zu finden ist zugedessen gibt es dann natürlich auch ein neues art von von bergwerke die einwand ja für den tagebau sozusagen gedacht halt und wir lassen uns einfach mal überraschen vor allen dingen ich lasse mich überraschen und ich gehe mal wieder in meine ecke und wir laden einfach mal den letzten stand der dinge das ist schon ein bisschen her und ja nun mal was uns erwartet dass sie wissen dort auf jeden fall neu also erst mal erfreuliche mitteilung wir können unseren alten spielstand weiter benutzen das ist schon mal nicht schlecht und alles andere müssen wir warten so wie sieht es aus hier haben wir dummerweise schon irgendwelche werwölfe rum existieren ach ja genau da war dieser eber der ausschlossenheit und ich hatte mir überlegt beziehungsweise auf grundlage dessen weil wir hier silberberz vorfinden kohle und so die aber banditen sind wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt wenn wir uns hier da sind auch schon so ein paar sachen im bau hier erst mal so militärisch entsprechend niederlassen um die banditen da wegzubekommen damit wir an das silber kommt und so weiter und so fort und dann hat uns da so mit den wehrwürfen so ein bisschen beschäftigen können das ist so mein plan ob der so aufgehen wird keine ahnung wird sich zeigen lassen müssen sich zeigen lassen müssen müssen wir sich zeigen egal so lange rede kurzer unsinn die militär akademie ist fertig wir sind lager fertig ich habe aber sehr wahrscheinlich noch holzwerk errichtet ich habe wahrscheinlich so kaum dinge zum zum abbau habe ich eisentage auch ja da war so ein kleiner eisen kupfer wird auch gebaut ist schon die frage die sich mir in der situation stellt und hier kein wachtturm hat er hatte ich den pausiert und wie war das das problem wo habe ich dadurch da gesetzt dann würde ich hingehen wollen in der situation und doch mal hier das habe ich muss ja alles gleich macht man dem hin noch hier so hin und dann aktiviere ich das wieder in der hoffnung dass die drei verblieben denn sich damit in diese richtung bewegen wachtturm das heißt ich brauche ich brauche eine abenteuergilde habe ich eine solche schon ausrüstung holzwerkstatt ins kirchen schmiede ja die wir sind aktiv alle sind so aktiv nur unser 1 noch nicht abenteuergilde existiert schon das ist cool die ist hier vorne da ist der klingentänzer das ist der derjenige der genau der gegen dieses gab vorgehen kann das heißt also die sachen sind entsprechend integriert ist lustig werden ist lustig werden aber sonst noch link also es gibt einmal den klingentänzer dann gibt es den flinke der flinke klingentänzer der ist ebenfalls ein geschicht geschickter kämpfer der gewaltige gegner wie es gab es mit solchen angreifen eigenschaften kampfstärken ziehen oder hundertprozentige kampfstärfe gegen es gab greift gegner an erschrickt beschämt er braucht stahl durch das heißt wir brauchen stahl wir brauchen stärkte rüstung und stahl durch gestalt durch gebrauchen die glaube ich die oder mit eisendeurchen aus ok 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 kampfstärke 5 hat er natürlich dann nur leichte rüstung dann stahl verstärkte rüstung und stahl durch das ist dann der meister klingentänzer kampfstärke 1500 150 prozent kampfstärke gegen es gab okay ja das wird das wird natürlich noch herausfordernd werden das muss man ausgehen so wir hatten hier ein gegnerisches lager entdeckt damit man die im augenblick diese und ich hier einen wachturm der ist noch das sind zehn leute dass keiner durch nur rekrutiert aber die sind noch nicht da ja rolle wurst bis jetzt ist nicht so gut ach so ja genau da hatte ich ja noch überlegt neuer ich weiß ja ich bin wieder ein moment da würde ich nämlich jetzt in dem fall folgendes machen wollen ich gehe erstmal hier auf die normalen soldaten diese expansion ja da hatte ich ja schon überlegt mache ich eine garnision aber die sind wir sind ziemlich teuer die brauchen grenz steine und werk brauchen werk steine zum bauen halt und und grenz steine brauchen alle für die für die erweiterung aber hier sind es halt werk steine 16 und hier sind nur sechs steine und ich glaube unter dem schlicht mich mir im augenblick in der situation in der ich mich befinde wäre es uns hier besser ich würde auf entsprechende türme entsprechende wachtürme setzen das erwischt und schreibt ist jetzt hier mal ein hin da ich bin dann mal ein bisschen setzen da mal ein hin und dann hier so zeigt die anbindung und auch hier bitteschön soldaten jetzt dringend oder mit dem wir hier insgesamt auf 30 weiß es nicht wie viele das hier sind das sieht sehr viel aus aber ich hoffe man das was schaffen das ist die frage wir haben kupfer und wir haben ja auch festgestellt wenn ich hier mit 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 diesen münzen arbeite dass dann die kampfkraft unserer entsprechenden kämpfenden einheiten dadurch profitiert das stärker wird das sollte ich auf jeden fall wieder so machen ein augenblick ich würde auch orientieren die ganze zeit da wollte ich hin haben wir in irgendeiner form holzsperre natürlich nicht schlecht ich habe hier eine holzwerkstatt die ist nicht mal so sagt man so weiß ich muss wäre anwertigen soll wir brauchen aber auch hier diese zahnräder früher oder später wird nun mal leider kein weg vorbei und wir wollen auch holzschilder benötigen das heißt hier wird jetzt erstmal gewerkt dann auch wenn ich wenigstens jetzt 20 von den leuten ich bin so ist nicht gewesen und anzahl ich gehe da mal auf 40 ja das einmal in dieser richtung dann wir haben eine schmelz hütte die schon ganz eifig dabei ist eisenbarn herzustellen so ja genau wir müssen sich irgendwann mal aufbauen wir können geld und machen auch ebenfalls hier jetzt abbauen sobald wir jungen gold haben das ist auch neu das ist jetzt neben nickel auch gold gibt und ich bin immer wieder mal davon aus dass eisen und nickel zusammen stahl das wird uns ganz auf ganz neue wege führen wir müssen unsere nahrungsversorgung vorhanden das heißt wir brauchen auf jeden fall ist wieder nicht mit taverne jetzt die frage ist wo setze ich die denn jetzt hin hier so ja das ist irgendwie muss ich ja hier vorankommen wir was brauchen wir von der taverne wir brauchen nadelhölzer und wir brauchen werbestein und wir brauchen natürlich auch die entsprechenden esstische die ist hier noch irgendwie unterzubringen ist gar nicht mal so einfach was war das mal so als mindestzahl 15 oder nicht das waschen weg das tor noch angezeigt wachtürme wachtürme baustellen camp müssen wir auch noch machen wie bereits im bau sammelhütte haben wir noch keine getreidefarm haben wir brunnen haben wir drei stück wohnhäuser sollten wir auch noch bauen sich gerade wo ja ganz wichtig ja gut dann würde ich erstmal mit dem wohnhäusern darf man noch mal weitermachen so ist im augeblick alles ein bisschen holter die polter aber die situation ist ein bisschen verzweifelt das war so ausgefügt da kriege ich ein wohnhaus und erst einmal da ich ein wohnhaus und wer das würde ich ein bisschen anders machen dass wir uns gerne hier hinsetzen so erstmal die 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 ersten drei das andere später hier habe ich noch holzfäller hütte rum existieren die ich vielleicht an einer anderen stelle unterbringen sollte oder mal die aktivieren immer die soll dann auch noch kurz oder lang weg als werkstatt in ordnung wir haben von forsthaus stein mit segewerk wo ist denn da das segewerk ach so dass es jetzt hier ja warte 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 ein segewerk soll es sein und jetzt wir hier noch ein segewerk nehmen so bauhaft regel jede menge ist es halt wie es ist mit den mitten mit den tischen da warte ich erst noch ach die bereichung nicht voran weil hier dringend zahnräder da benötigen und da habe ich ein bisschen dabei im bau so und da werden gerade die wachfirma hochgezogen beziehungsweise einer ist schon fertig wir benötigen schilde und angst schwerter untergleichen für den anfang und wie gesagt mir jetzt noch nicht so ganz sicher wie ich hier mit der schatzkammer und spiele auch noch wir brauchen alles holzwerkstatt der tritt schmiede wussten wussten da da ins bürger hat kohlekupfersilber gold waren erst jetzt auch goldmünzen ja so ein paar sachen da muss ich bin müsste ich noch mit warten wie es sich entsprechend mehr bauland hier habe ich will das nicht zu sehr hier alles hier in dem bereich konzentrieren zumal ich dafür entsprechenden anderen da aus dem platz anderweitig benötige sinn macht wenn ich hier noch war ich jetzt zwei lager existieren wenn ich da schon lager stehen habe ich dann noch weitere lager hin dann könnte ich hier nämlich einmal nadelholz stimme einlagern lassen und hier das laubholz in der hoffnung dass die das teil hier entsprechend leer räumen natürlich zu ihm mit der position des segelbergs etwas sehr noch mal so dass mich etwas unglücklich wird das ganz gerne hier so und damals war hier glaube ich bald oder so und da ging das nicht so die jungs jungs und jungs und mädels machen da ihren job das ist ja schön dass ihr da dran seid kümmern euch mal hier um so ein bisschen in diesem bereich das würde ich sehr grüßen wenn ihr das machen würdet die holzfälle bitte ist wie gesagt außer betrieb ich brauche noch eine da würde ich ganz gerne wenn das geht hier irgendwie unterbringen das problem ist wieder mal die wege insofern geht das leider nicht dann setze ich die kurzen schluss und rein und ist man sich dann hier so um die bäume kümmern gut 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 die taverne ja da geht natürlich mal unbedingt noch gar nichts ich habe noch keine noch kein markt und nicht und nix in der richtung es spiel hier ist tische wollen sie haben wenn ich das moment gerade gesagt dass später noch mehr werden aber hier ist tische sollte ich hinbekommen wir sehen nämlich nichts ja müsste jetzt passen oder ja dann ist das eben so okay das wären die esstische was ich unter einer das wo sich jedes mal so verschoben hat wir brauchen einen marktbrunnen und wir brauchen dann entsprechende märkte der markt und sollte natürlich möglichst so gewählt werden vom standort aus dass ich mit ein ziemlich großes bereich oder ziemlich großen bereich habe wo ich meine märkte unter gegen kann wäre vielleicht gar nicht mal das schlechteste wort ja muss ich muss ich mir noch mal überlegen ja ihr seht es wir haben hier wir haben ja einiges zu tun jetzt nicht so ganz ohne diese nette insel hier möglicherweise im augenblick halten sich die wehrwürfe noch relativ bedeckt auch die banditen und so und deswegen gehe ich auch relativ zaghaft vor im augenblick etwas was die gebietserweiterung anbelangt ich will die leute da nicht so sehr auf mich aufmerksam machen ich hoffe das ganze kann ich noch eine weile so weiter treiben bis ich eine gewisse anzahl an an soldaten und so weiter habe wo mich dann um diesen ganzen ungemacht mann zu können zumindest erst einmal um die banditen ja und alles weiter hatte ich ja schon erwähnt wie wir dann mit den wehrwölfen vorgehen wollen einiges zu tun wir werden uns mit den nächsten folgen da noch reichlich zu vergnügen haben mit den entsprechenden leutchen hier ich danke für eure begleitung und für eure unterstützung ich danke für deine unterstützung und für deine begleitung wünsche euch wie immer alles alles gute und genießt die zeit bis zum nächsten mal